Viktoria Volk reagiert auf das Interview ihrer Tochter. Es sind Szenen, die lassen Viktoria Volk alles andere als kalt. Vor kurzem gab ihre Tochter Nathalie Volk, 24, das erste Liebesinterview mit ihrem neuen Freund Timur Akbulut. In diesem sprach sie unter anderem auch über das Verhältnis zu ihrer Mutter, die beiden Frauen haben keinen Kontakt mehr. Seitdem die ehemalige GNTM-Kandidatin in die Türkei gezogen ist. Wir haben Viktoria Volk ebenfalls zum Interview getroffen. Wie sie die Beziehung zu Nathalie und ihrem Schwiegersohn in Spee beschreibt und warum sie sich sehr große Sorgen um ihre Tochter macht, erzählt sie im Video. Mama Viktoria sicher? Nathalie wird von Timur kontrolliert. Seit einem Jahr hat Viktoria Volk keinen Kontakt mehr zu Nathalie. Aber nicht, weil sie das nicht möchte. Ganz im Gegenteil. Ich versuche manchmal mit ihr zu schreiben. Ich versuche ihr das zu sagen, was ich denke und sie blockiert mich. Verrät die besorgte Mutter im RTL-Interview. Es gibt so vieles, was sie der 24-Jährigen gerne sagen würde, ohne Erfolg. Und das liegt an ihrem verlobten Timur, da ist sich Viktoria sicher. Sie glaubt, dass Nathalie von ihrem Partner kontrolliert wird. Nathalie habe in Timur eine Art Vaterersatz gefunden, von dem sie das Gefühl vermittelt bekomme, beschützt zu werden. Viktoria wünscht sich allerdings, dass es den Tag nie gegeben hätte, an dem ihre Tochter Timur begegnet ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.